Wenn ich den Studiengang in drei Worten beschreiben müsste, wäre das innovativ, persönlich und interdisziplinär. Der Masterstudiengang Marketing Intelligence ist ein dreisemestriger Masterstudiengang. Das heißt, die ersten zwei Semester Einführung in Marketing Intelligence und Vertiefung von spezifischen Aspekten der Marketing Intelligence. Im dritten Semester dann im Fokus Wahlfächer und die Thesis und wir wollen ganz gern, dass die Studierenden noch ein Auslandssemester belegen. Was mir besonders gut gefällt, sind glaube ich gerade die Themen, wo man sagen kann, okay, das hat Relevanz am Markt, dass man in dem Bereich ausgebildet wird. Nicht nur mit einer Brille, sondern dass man verschiedene Perspektiven vereint, sei es so ein bisschen zu wissen, wie es in der IT vonstatten geht, wie natürlich digitales Marketing aufgebaut ist, aber auch den psychologischen Aspekt zu haben. Das heißt, allein vom Konzept her hat mir das sehr gut gefallen. Die potenziellen Bewerber, Bewerberinnen sollten optimalerweise Interesse und Spaß haben an Datenanalysen und an Technologien. Man muss offen sein, sich auch mal mit formalen Fragen und formalen Sprachen zu beschäftigen, wie eben eine Programmiersprache. Die wichtigsten Vorteile von diesem Studiengang sind, dass man sich sein Profil ganz individuell zusammenstellen kann. Am Schluss bleibt mir nur zu sagen, wir freuen uns jedes Jahr auf die neuen Talente, die wir hier begrüßen dürfen. Anfang Oktober bewerben Sie sich!